progressive muskelentspannung wie geht das ja hallo und herzlich willkommen zu einem vortrag zum thema fragen zur tiefen entspannung und eine frage die mir gestellt wurde ist wie geht eigentlich die progressive muskelentspannung zunächst einmal was ist progressive muskelentspannung progressive muskelentspannung ist ein tiefen entspannungsverfahren entwickelt von jacobsen in nordamerika das in den 80er und 90er jahren des zwanzigsten jahrhunderts sehr populär geworden ist progressive muskelentspannung auf deutsch pme wird auch abgekürzt als pmr progressive muskelrelaxation auf englisch progressive muscle relaxation progressive muskel relaxation besteht daraus dass du dich zuerst entweder hinlegst oder hinsetzt dich irgendwo bequem machst und danach gehst du durch die einzelnen körperteile du spürst die entsprechenden muskeln erst spürst du sie im ruhezustand dann spannst du den betreffenden muskel an langsam und bewusst dann spürst du wie sich der muskel anfühlt wenn er angespannt ist hältst das fünf sekunden lang und dann entspannst du langsam und fühlst wie es ist wenn der muskel sich entspannt und dann wie es ist wenn der muskel entspannt ist das machst du dann mit den verschiedenen muskeln des körpers typischerweise kann man entweder von den händen beginnen und dann nach oben im körper und dann nach unten oder du kannst von den füßen beginnen und nach oben gehen es gibt verschiedene reihenfolgen und diese entspannungsverfahren ist einfach zu machen und du fühlst dich sofort entspannt wenn du genau wissen willst wie die progressive muskel entspannung geht dann probiere sie doch aus auf unseren internetseiten findest du übungsanleitungen und du findest auch mehr informationen über die progressive muskel entspannung alle informationen findest du auf www.yoga-vidya.de dort findest du ein suchfeld und dort kannst du zum beispiel eingeben progressive muskel entspannung übungs video und dort findest du ein video mit anleitungen probieren geht über studieren also probiere es aus dann weißt du wie progressive muskel entspannung geht